Nein, reicht nicht. Ich spring zum Danny rüber. Oh, da unten kommt einer. Da kommen drei. Ich greif die an von hinten. Einen hab ich. Ich hab den zweiten. Double kill. Keine Ahnung wo der Rest ist. Ich seh ihn nicht. Oh, ich bin runterkriegen. Ach ne, hier war eine Leiter zum Glück. Grad noch mit dem Auge an der Leiter hängen geblieben. Ja, ohne Wiss. Alter, ich hab sechs Kills. Ich vier. Und ich hab fünf Platten. Überfalls jemand da drin. Nicht mal ein Loadup, das könnten wir echt machen. Sind da noch welche drin? Weiß das jemand? Da bin ich vorhin mit der Drohne reingeflogen. Ich glaub die sind da noch bestimmt. Ja, ich glaub auch. Äh. Ja, jetzt grün. Wie grün. Wie grün. Ja, die sind noch. Da wird gerade drauf geschossen. Ja. Ja, wie grün. Sowas von grün. Ja, die sind da noch drin. Die sind noch drin. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Oh, vielleicht kriegen sie ihn. Aber ne, ne. Jetzt nicht mehr zahlt das sich bewegt. Hier ist das Safe Zone. Linkes Fenster. Einmal der Druck erwischt. Ja, ich hab auch ein bisschen erwischt. Sprenge sie, glaub ich. Sprenge sie, glaub ich. Ich bin halt der einzige im Haus. Ich bin auch im Haus. Mike sitzt im Hof. Oh, da jetzt. Ich hör hier ganz viele Schritte bei uns. Die sind über uns. Die sind über uns. Ja. Über uns. Achso, da bist du auch. Aber einer ist noch im. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Draußen kommen zwei. Da kommen zwei rein. Geh aufs Dach. Boah. Ich dachte nie, dass mir so ein Stimpack mal nen Arsch rettet, aber. Einen? Alle? Okay, wo sind die anderen? Die müssen da unten irgendwo sein. Ja. Hab einen. Eliminiert. Team Wipe. Zwei Teams noch. Äh, ein Team noch. Hinter uns. Hab ihn. Hahaha. Ah, super. Alter, ich nehm's, ich nehm's auf. Guckt's euch an. Alter, ich hab grad... Oh, ich hab so geile Küche.